Willkommen zu unserer E-Learning-Videoserie über die Entwicklung einer pflanzlichen Zellsuspensionslinie aus Trauben. Das Ziel ist die Herstellung eines Extraktes für die Anwendung in der Kosmetikindustrie. Beginnen wir mit einer kurzen Einführung in das Themengebiet Pflanzenzellkulturtechnik. Pflanzenextrakte werden von Menschen bereits seit dem Altertum für medizinische und kosmetische Anwendungen genutzt. Eine nachhaltige Gewinnung ist dabei nicht immer über die konventionelle Landwirtschaft möglich. Die Kultivierung von pflanzlichen Suspensionszellen ist eine Alternative zur herkömmlichen Gewinnung von pflanzlichen Inhaltsstoffen. Doch was sind die Vorteile dieses biotechnologischen Verfahrens und warum wird es angewendet? Die Pflanzenzellkulturtechnik hat viele Vorteile gegenüber der konventionellen Landwirtschaft. Zu nennen wären der geringe Landverbrauch, das Pestizid- und herbizidfreie Wachstum und die Nutzung von Pflanzen, die in ihrer natürlichen Umgebung nur sehr langsam wachsen. Weitere Vorteile sind die Unabhängigkeit von Bodenbeschaffenheit, Bodenverfügbarkeit und der Bodenbearbeitungsintensität. Auch biotische Störfaktoren wie Krankheiten und Fressfeinde sowie abiotische Störfaktoren wie Wetter- und Klimaphänomene können ausgeschlossen werden. Dies ermöglicht eine gleichbleibende Produktion über das gesamte Jahr unter kontrollierbaren, reproduzierbaren und validierbaren Bedingungen. Es existieren jedoch auch einige Herausforderungen innerhalb der Pflanzenzellbiotechnologie, die nicht verschwiegen werden dürfen. So ist die Produktion verhältnismässig teuer und die Konzentration der Inhaltsstoffe kann von den Konzentrationen landwirtschaftlich gewonnener Pflanzen abweichen. Der Einsatz bestimmter schädlicher Hormone wie 2,4 d limitiert den Einsatz ebenfalls. Im nächsten Video, Video 2, wird die Oberflächensterilisation und die Kalusinduktion erläutert.